Ich möchte so'n Gewehr da gerne mitnehmen. Das sind aber auch echt ne paar dreckige Assis, ne? Ich möchte so'n Gewehr da gerne mitnehmen. Ich möchte so'n Gewehr da gerne mitnehmen. Ich möchte so'n Gewehr da gerne mitnehmen. Was ist das denn jetzt? Wo kommt denn die scheiß Barrikade? Ach da. Es wird ungern gesehen, wenn man hier in solche Sachen reinglischt. Da haben wir auch noch so'n Container. Da, hin, da. Nein, okay. Schade, das ist womit ich mitnehmen kann. Hey, 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 hey! Runter! Was ist denn in der Grenade? Was bist du? Du bist auch in der Kanade, glaub ich, ne? Aha! Meine Gewehrgranate... Ah, ich kann zoomen. Okay. Au. Das war sehr intelligent, ey. Na, mach doch auf. Nein! Aha! Wuh! Ich hab den Kopf, die Augen nicht verletzen. Werden Sie, die Augen will! Werden Sie, die Augen will! Werden Sie! Werden Sie, die Augen will! Werden Sie! Wenn Sie nicht Ciao sind,...! Ich werde wieder raus. Ich werde jetzt wieder raus. Ihr merkt, das war echt spät, kann das sein? Au! Boah! So, hier gibt's glaube ich nix mehr. So, hier gibt's. Halt nicht. Oh Gott. 7 HP ok ja die die immer schön alles nachgedrückt was ich noch geben könnte ich werde aber jetzt mal das Spiel hier pausieren beziehungsweise erstmal speichern so und sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal weil ich muss jetzt mal eine Pause machen bis dahin tschüss 2 3 4